Für alle Stiergeborenen wird es im Jahr 2015 leichter, nach einem doch strengen 2014, wo es sehr viele Einschränkungen und Grenzen und neue Strukturen gab, kommt 2015 für die Stiergeborenen eine Leichtigkeit über. Sie kommen auch mehr Zeit über für sich selber, das Leben wird sich stabilisieren und vieles kommt jetzt wieder in den Fluss, was 2014 eher harzig war. Es ist wichtig, dass die Stiergeborenen beharrlich an ihren Aufgaben oder an ihren Zielen, die sie sich vornehmen, für 2015 dranbleiben. Dass sie auch mehr investieren als nur das Minimum und als Jahrestipp, dass sie nie stehen bleiben, sondern immer Schritt für Schritt weitergehen, damit sie bis Ende Jahr das umsetzen können, was ihnen am Herzen liegt. In diesem Sinne für alle Stiergeborenen ein fortschrittliches 2015. Das HW Babycenter Bad Ragaz. Auf Sie warten über 70'000 Artikel auf 2'500 Quadratmeter rund ums Baby und werden die Mammis. Über 300 Kinderwagen, komplette Kinderzimmer, Mode fürs Mami und das Kind, Spielsachen, Autositz und und und. Einfaches Paradies für Ihres Familienglück. HW Babycenter. Autobahnausfahrt Bad Ragaz Nord.